Wie kann ich eine Flaschenmahlzeit genauso innig gestalten wie stillen? Nehmen Sie sich genügend Zeit für die Flaschenmahlzeit, machen Sie es sich selber bequem, lagern Ihr Baby gut zum Trinken, zum Beispiel auf einem Stillkissen, vermeiden Sie Störfaktoren wie Telefon und Fernsehen und dann genießen Sie die Zeit gemeinsam mit Ihrem Baby.